Das Vienna Beethoven Orchester wurde im Rahmen des Vienna Beethoven Konservatoriums gegründet und wir dürften heute bei der allerersten Probe mit dabei sein. Das ist eine wunderschöne Zukunft für die Kulturstadt. Eigentlich das ist die Weltstadt Wien. Und jetzt bekommt es schon eine neue Möglichkeit, den jungen Menschen. Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und in dem ganzen Team, der ganzen Führung von Beethoven Konservatorium und dieser wunderbaren Idee, ist einig, wir sind alle gleiche Meinung in Bezug auf die Arbeit und in Bezug auf, was wir streben. Und das ist die höchste Qualität eigentlich, was man machen möchte. Denn jungen Leuten muss man die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Das war unsere erste gemeinsame Aufnahme heute. Und das hat, ich glaube, für alle von uns sehr viel Spaß gemacht. Und das war wirklich eine große Freude, da mitzuwirken. Ja, für mich ist dieses neue Jahr etwas Besonderes, da ich Teil eines grandioses Projekts bin, nämlich die Eröffnung des Beethoven Konservatoriums im Zentrum der Kulturwelt der Stadt Wien. Und finde ich ganz schön, dass 10.000 junge Musiker Suchtmöglichkeiten sich entwickeln. Und unser Konservatorium gibt ganz genau diese Möglichkeiten. Wir haben jetzt mit professionellen Musiker gegründet, ja, und dann, nachher muss natürlich für junge Studenten sein auch und professionelle Orchester. Für unser Orchester, wir machen am 16. März ein Konzert. Und ihr seid herzlich eingeladen. Was Wichtigste ist, dass wir eine Dirigentin bekommen haben wie Vassili Vassili. Ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, eine Stunde und mehr ganze Probe zu beobachten und zu hören. Und bin sehr beeindruckt gewesen von Qualität dieser jungen Leute. Ich glaube, es war sehr schön, dass wir sehr präzise gearbeitet haben und auch sehr effektiv. Im Laufe von einer sehr, sehr kurzen Zeit, wir haben sehr viel geschafft. Und ich glaube, ein gutes Endprodukt ist entstanden. Komm, enjoy us.